Nicht nur bei jungen Frauen oder Männern ist die Nasolabialfaltenbehandlung sehr gefragt, um prophylaktisch überhaupt keine solche starke Falte zu bekommen. Aber wenn man im höheren Alter so eine Falte hat und nicht möchte, dass es noch tiefer hineingeht und dadurch ein sehr anstrengendes Aussehen darzustellen, sollte diese frühzeitig therapiert werden, wie in diesem Fall, damit man wieder einen frischeren Blick hat, ohne künstlich auszusehen.